Wir entscheiden, dass wir das Recht auf den eigenen Körper und gegen jede Form einer Impfpflicht und auch und gerade gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die aktuell 20.000 Menschen im Gesundheitswesen in der Wien in ihrer beruflichen Zukunft bedroht. Wir sind solidarisch, wir sind auf der Straße, wir zeigen Gesicht für die Menschen im Gesundheitswesen, denn sie sind systemrelevant.